Also ich bin noch kurz vor der Abfahrt und jetzt wollte ich euch einfach mal mein altes Zimmer im Leerzustand zeigen. Na gut, nicht ganz. Die Matratze ist noch drin, das Werkzeug. Aber ansonsten ist das Zimmer ziemlich leer. Das Zimmer wurde erst kürzlich neu gestrichen und jetzt wird, jetzt kommt in zwei Wochen ein neuer Teppich rein und dann, sehen wir mal, was passiert. Und dann kommen wieder die ersten Möbel rein. Und bis jetzt darf das alte, also die Modellbahn, noch da oben bleiben. Aber demnächst kommt sie runter. Das ist nur ein kurzes Video am Montagabend. Und jetzt fahren wir auch schon wieder. Wir vergewissern uns, dass wir auch wirklich nichts vergessen haben. Ne, schaut nicht so aus. Das sehen wir in dieses Video. Ihr seht mich noch mal später wieder, wenn ich das Ding auf den blauen Blitz geschneit habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.